Welcher Superheld bist du? Peacemaker. Jetzt hör auf! Es gibt keinen Superhelden namens Peacemaker. Ey, ich bin voll berühmt. Sie sind der geborene Killer und kennen sich mit jeder Waffe aus, die der Menschheit bekannt ist. Deshalb gebe ich Ihnen die Chance, vom Knast verschont zu bleiben und für mich zu arbeiten. Leute umbringen. Die Bösen, Jo. Das ist Harcourt. Sie wird für Sie verantwortlich sein. John Economist, unser Techniker und Taktiker. Das ist unsere neue Rekrutin. Du musst nicht auf sie schießen, nachdem ich sie gekillt hab. Richtig. Wer ist der Kerl, der sich hinter dem Müllcontainer versteckt? Vigilante, der versucht nur zu helfen. In letzter Zeit komme ich mir wie ein verdammter Irrer vor. Hey, nicht! Weil wir die geborenen Killer sind. Was uns von anderen Killern unterscheidet, ist, dass wir nur böse Menschen umbringen. Normalerweise. Es sei denn, wir machen einen Fehler. Die Welt braucht keinen richtigen Draufgänger. Und sie sind der einzige, den ich habe. Peacemaker. Jetzt exklusiv auf RTL Plus. Wir haben eine große Szene. Wir wissen, dass Sie einЛadschänger�� einfach machen müssen. Das ist für Sie, dass Sie eine ganze Zeit machen können. Vielen Dank.